Hallo Headbanger und pass auf, was ich dir sage. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Videoreihe über 30 Alben aus den 80er Jahren, die ich damals mit Freude vernommen habe und mit Spaß gehört habe, auch wenn ich manche davon nicht mehr so oft auflege. Es geht hier nicht um ein Ranking, das habe ich in ein paar Videos auch schon gesagt, sondern es sind einfach 30 Alben, die ich jetzt mal so... Manche habe ich davon nicht genannt und dann überschneidet sich das halt, weil seit 2019 war mein Schwerpunkt, wenn es nicht gerade im Proto-Metal war, eben immer in den 80ern irgendwie gelegen. Und so habe ich natürlich schon das ein oder andere Album besprochen. Und heute cheate ich ein bisschen, denn ich habe ja auch gesagt, dass ich schon darauf achte, dass ich die Alben, die ich heute reinnehme, also in diese 30er Auswahl, dass ich die nicht schon besprochen habe, weil sonst wäre es ja irgendwie redundant. Und heute ging es nicht anders. Bei dieser Band geht es auch nicht anders. Und wer mich kennt, der weiß, dass es völlig unmöglich ist, Venom nicht zu nennen. Und so richtig cheaten tue ich aber nicht, weil ich will jetzt nicht die ganze Geschichte von Venom noch einmal erzählen. Diejenigen, die den Kanal länger gucken, die wissen, ich habe eine sehr, sehr ausführliche Sendung und ein sehr ausführliches Special über Venom gemacht, über die ersten vier Alben. Ich gucke mal, ob das da oben mit dem Info-Dingens da funktioniert. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, da quatsche ich wirklich ausgiebig. Ich erkläre die ganze Band-Geschichte, wie es zu Venom kam, wie, was, wo, wann, warum. Sehr ausgiebig. Und dann habe ich auch noch mal extra dazu einen Podcast gemacht, der richtet sich zwar an das Video Sons of Satan, also es ist die Aufarbeitung von dem Video, aber mir ist im Video aufgefallen, dass ich vor lauter Geplapper dann von der Black Metal, dann habe ich die Ed War with Satan erwähnt und bin dann zur Possessed weitergegangen, ohne dass ich ausführlich über die Ed War with Satan gesprochen habe. Und im Podcast, dann habe ich das nachgeholt, habe ich das eingefügt. Also, wenn ihr Venom-Fans seid, lasst euch weder das Video entgehen und lasst euch auch nicht den Podcast entgehen. Zwei verschiedene Versionen einer sehr ausgiebigen Geschichte. Und deswegen wäre es natürlich völliger Quatsch, dass ich mich jetzt heute hinsetze und hier, wenn es um dieses Album geht, Welcome to Hell, dass ich die ganze Venom-Geschichte noch einmal erzähle. Und auch da habe ich drüber nachgedacht, soll ich es machen, weil ich ja eben gesagt habe, oder weil ich ja eben will, dass frisches Fleisch nachkommt sozusagen. Aber bei Venom ist es für mich völlig unmöglich, weil Welcome to Hell eins meiner absoluten Lieblingsalben aller Zeiten ist. Und ich wollte eher die Gelegenheit noch mal nutzen, um noch mal zu resümieren, wie das damals für mich war, als Welcome to Hell rauskam, 1981. Und ich hatte ja auch schon mal erwähnt, ich kannte Venom, bevor ich Iron Maiden kannte. Das heißt, ich habe den Iron Maiden-Schriftzug und die Iron Maiden-Plattenkaffer natürlich schon gekannt und den Eddie schon gekannt, aber ich hatte noch keinen Tropfen gehört. Ich hatte noch keinen Tropfen gehört. Und meine Oma, ja tatsächlich, meine liebe Oma, die hat mir dieses Album gebracht. Ich glaube aber, das war Anfang 1982, oder es dürfte so Weihnachten gewesen sein, weil es kam eben um diese Zeit raus. Ich kann es aber jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Aber sie hat mir dieses Album gekauft. Und jetzt werdet ihr sagen, was ist denn das für eine Oma? Naja, da ist kein Bild drauf, das sie identifizieren konnte. Sie konnte kein Englisch. Also Venom und Welcome to Hell, gut. Das hätte sie wahrscheinlich irgendwie, Welcome to Hell, das hat sie aber jetzt nicht wirklich beunruhigt. Und sie hatte auch keine Ahnung von okkulten Symbolen. Also sie hat noch nicht mal das Pentagramm gekannt. Ich glaube, das hat sie nicht als Pentagramm gesehen. Und die Ziege hier da drin, da hat sie halt gedacht, na gut, das ist halt ein Ziegenkopf irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie sich das näher angeguckt hat. Aber da war nichts drauf, was für sie verfänglich war. Ich war 1981, war ich 12. Und vielleicht hätte sie irgendwie einen Einwand gehabt. Hier hätte sie vielleicht ein bisschen stutzig werden können. Denn das ist das Bild. Das ist mein absolutes Lieblingsbandfoto ever. Das ist das ultimative Bandfoto für mich. Es gibt ja zig, tausende, hunderte, hunderttausende geiler Bandfotos, die so den Metal, die alles repräsentieren. Destruction, zum Beispiel, wo sie vollkommen mit ihren Patronengurten da aufmarschieren. Gute Laune zum liebsten Spiel gemacht. Aber das hier, also das ist ein Bandfoto. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Und ja, hier sind wir bei Prägung. Also warum ich jemandem erklären sollte, wieso ausgerechnet Welcome to Hell meine absoluten Top-Alben aller Zeiten ist. Und da kann man denken, ja gut, das ist halt bei dir so, du bist Metalhead, du stehst auf diese Rumpelsachen, du magst Darkthrone, du magst Razor, du magst Aura Noir, du magst halt Venom, ist ja logisch. So einfach ist es aber nicht. Ich habe ziemlich viel Musik da, einen ganz großen Horizont. Ich höre viel Jazz, Jazz-Fusion. Ich stehe auf John Coltrane. Ich habe mich auch mit Klassik beschäftigt. Beethoven, Schumann, Schubert und solche Sachen. Und dann, wie passt da Venom rein? Und das Interessante daran ist, dass es ja nicht, ich bin ja eben kein Musik-Snob. Mir gibt Venom zur richtigen Zeit einfach mehr als, sagen wir mal, Dream Theater oder irgendeine Brocksache, die ich vor zwei Jahren ziemlich totgeritten habe, wo ich mich ausgiebig mal mit dem Proc-Metal und mit dem Proc-Rock auseinandergesetzt habe. Wenige davon sind hängen geblieben, wenige davon sind geblieben. Rush aus den 70er Jahren, aber das hat auch eine Präge-Geschichte, die ich in meinem Rush-Special ganz genau erkläre, wie das passiert ist, dass ich zu Rush kam. Das war eine ähnliche Prägefase, die passierte fast zehn Jahre später, als dieses Album erschien. Also dieses Album habe ich so 81, 82 herum bekommen und tatsächlich, natürlich als junger Bursche, wo man nur ein gewissen, man hat ja noch nicht alle Musik dieser Welt gehört. Du kennst die, ich bin aufgewachsen mit Rock'n'Roll, den mein Vater gehört hat, Elvis Presley, die üblichen verdächtigen, Beatles, Rolling Stones, was in den 70ern so gelaufen ist, mein Onkel, mütterlicherseits, der hatte dann aber schon Led Zeppelin und die Purple gehört und so kommst du dann irgendwie, dann hast du irgendwann mal Judas Priest gehört, dann hast du gehört, dass Motorhead aufkam. Und Motorhead hatte ich damals auch wahrgenommen, weil zu der Zeit bei uns die Blackhawks, genau, das waren die in Madridwitz, so eine Rockergruppe war und die hatten in der Fußgängerzone dann mal eine Parkbank irgendwie besetzt und mit Motorhead alles beschallt und ich als kleiner Furz kam da vorbei und da hatte ich Motorhead zum ersten Mal gehört. Ich weiß nicht mehr, von welchem Album es war, aber ich glaube, es war so die Phase, wo die Ace of Spades auch rauskam und so weiter. Und Venom war da, mit Motorhead hatte ich irgendwie vielleicht damals noch, das habe ich nicht begriffen irgendwie und bei Venom war es einfach, ich weiß auch nicht, in diesem Alter war es auch so, dass ich die Hammer-Horrorfilme entdeckte oder beziehungsweise auf ARD und ZDF, als es noch Fernsehen gab, das taugte, da war immer im Wechsel irgendwie, auf der einen Seite kam es der fantastische Film, ich glaube, das war das ZDF und auf ARD lief Science Fiction mit der startenden Rakete und dann immer den irgendein Disco-Track, was damals irgendwie war, so einen coolen Track, so einen ganz bekannten. Und da habe ich erst mal Christopher Lee als Dracula gesehen, die ganzen Klassiker, Frankenstein, Frankensteins Braut, wie schmeckt das Blut von Dracula und so weiter. Weil meine Großmutter eben diesbezüglich auch, also ich habe gerade gesagt, mit Okkultismus hat sie nichts am Hut gehabt, aber diese Horrorfilme oder diese Hammer-Horror-Sachen, die mochte sie genauso wie Hitchcock und ich habe dann mit ihr eben diese Sachen geguckt. Hätte ich nicht dürfen, aber wenn ich bei meiner Oma war, dann who cares. Und das war eben diese Phase, wo ich gemerkt habe, dass diese Dunkelheit an mir saugt. Und da kam natürlich Venom gerade recht. Es war vielleicht auch das richtige Alter, vielleicht war ich noch einen Schritt einen Ticken zu jung dazu, aber das Album habe ich wirklich totgeritten. Das ist eins derjenigen, das ist auch, man kann es auch nicht begreifen. Also viele nehmen natürlich das Album Black Metal her, weil das natürlich auch von der Produktion her ein Schritt nach oben ist und genau solche Bolzer und coole Sachen enthält. Das hier ist ja eigentlich nur ein Demo. Die Band wusste gar nicht, dass die Plattenfirma Need eben damals gesagt hat, so, genug jetzt mit euch Rabauken, wir packen da jetzt einfach nur schnell eine Hülle drauf und das Ding geht raus. Während Kronos ja noch gedacht hat, der hat aber bei Need gearbeitet, so als Handlanger, und das kann ich ja kurz erwähnen, gedacht hat irgendwie, sie wollten irgendwie nur Need zeigen, was sie für Material haben und wie es sich anhört, wenn sie es einspielen. Aber Need hat eben gesagt, so, das passt, so, raus damit, zum Entsetzen der Band. Aber genau das war wahrscheinlich der Grund, wenn das schon so produziert worden wäre wie Black Metal, hätte es trotzdem cool geklungen, natürlich, aber nicht den Stellenwert oder den eben die Welcome to Hell Aficinados über Black Metal stellen, so wie ich zum Beispiel. Und das heißt nicht, dass Black Metal ein schlechteres Album ist, aber der Kult kommt natürlich hauptsächlich dadurch zustande, dass das Ding Black Metal heißt. Ich wette mit euch, wäre das umgekehrt gewesen. Black Metal würde Welcome to Hell heißen und das hier würde Black Metal heißen oder der Song Black Metal wäre eben ausgetauscht und das wäre die Black Metal. Dann wäre eben das bei Mann in manchen Kreisen das absolute Kult-Ding. Bei vielen Venom-Kennern ist es eben, also, naja, das kann man nicht sagen. Es gibt ja eben auch diejenige Gruß an Ernie, der mir ja gesagt hat, nur die ersten zwei auf einem Album taugen. Das hat er mir irgendwie so per Gruß zukommen lassen. Und es stimmt schon, relevant sind die ersten beiden, aber ich habe eben, weil ich eben doch ein bisschen ein Fanherz habe, auch ein Fable für At War With Satan. Ich finde das großartig, dass eine Band von diesem Kaliber, also, seien wir mal ehrlich, eine Rumpelband, sagt, wir wollen, Rush hat damals in den 70er Jahren eine Seite lang einen Track gemacht, ein Lied, das können wir auch, und dann eben eine Seite lang wirklich auspackt und das gar nicht mal so schlecht macht, wie das vielleicht zu erwarten stünde. Und dann die zweite Seite ist cool und was mir bei Venom halt auch immer gefällt bei diesen Re-Releases, hier zum Beispiel, das ist eine Doppel-LP, das gab es damals natürlich nicht, damals war das ein Ding und ich finde das schön mit dem Text, hier nochmal die Band drin und auf der zweiten Scheibe sind Demos drauf und das sind die 7-Inch-Versionen drauf und die Outtakes, dass man von Venom wirklich jeden Fitzel hat. Ich habe ja auch vorgestellt, Sons of Satan heißt die jetzt so, wo sie in der Kirche in Newcastle, Oppontein, wo sie in der Kirche spielen und das ist schon wirklich nur für Hardcore-Fans wahrscheinlich interessant, aber ich finde das, es ist so eine Zeitmaschine, also wenn du als Musikhörer fähig bist und ich glaube, die meisten von euch sind das mit der Musik, die sie halt am liebsten hören oder wo sie eben diese extremen Erinnerungen miteinander verknüpfen, dass du dich in der Zeitmaschine hockst und da geht es nicht einfach darum, leg mal das auf und es gefällt dir, sondern am besten hast du Ruhe, am besten bist du alleine, vor allem für uns ältere Semester wird das zutreffen, ich kann das niemandem nahe bringen, der vielleicht 20 Jahre jünger ist als ich, das kann ich schon theoretisch und ich kann es nur vergleichen, weil auch derjenige jetzt 30 ist oder jünger eben ist als ich, der hat seine Erfahrungen ja in seiner Zeit mit irgendetwas gemacht und kann das trotzdem irgendwie vergleichen, also es gibt Vergleiche, aber du möchtest mit deinem Schatz, mit deiner Erinnerung, mit deiner Zeitmaschine im günstigsten Fall alleine fahren und das heißt nicht, dass du andere ausschließen willst, aber es hat eben genau mit dieser Erinnerung zu tun, die du kaum teilen kannst, du kannst den Leuten von deinem Leben erzählen, du kannst sagen, hey, da war ich da und da, ich war so und so alt, meine Oma hat mir die Platte gekauft und bla bla bla, ja, das hört sich alles nach einer Geschichte an, nach einer Anekdote, Anekdote, aber was für Emotionen da dahinter stecken, ich habe es gestern gesagt mit Razor, wenn die Nadel zum ersten Mal und du weißt noch gar nicht, was dich erwartet, du hast noch gar nichts vorgehört, du legst die Platte auf und das Andockgeräusch fängt an und so weiter und noch bevor die ersten Töne kommen, die dein Leben wirklich für immer verändern werden, eine Platte, du hast eine Platte da liegen, die du über Jahrzehnte bis ins Grab nimmst, so wie jetzt hier, überleg mal, das Ding kam 1981 raus, jetzt haben wir 2023, seitdem lasse ich nicht von dieser Platte und es geht ja auch vielen Bands so und das ist eigentlich das, worüber ich hauptsächlich reden will, nicht die ganze Venom-Geschichte aufpacken, die habt ihr in einem Video und in einem Podcast, sondern es geht darum, was macht diese Musik, ich meine klar, wenn man jetzt den Black Metal irgendwie von hinten aufrollt oder von vorne nach hinten aufrollt, dann hat man diesem Ganzen einen Namen gegeben, man hat die ganzen 80er-Jahre-Entwicklungen First Wave of Black Metal genannt, das war das damals alles nicht, Venom war im günstigsten Fall eine New Wave of British Heavy Metal Band und zwar eine der wichtigsten, nicht Iron Maiden oder Judas Priest gehört ja sowieso technisch gesehen überhaupt nicht dazu, es war Venom. Venom ist eine der wichtigsten Bands oder nicht der wichtigsten, sondern der einflussreichsten Bands aus Großbritannien aller Zeiten und das ist eigentlich das Spannende, es ist jetzt nicht so, dass Iron Maiden jetzt weniger Impact hätte, aber Venom haben, Iron Maiden hat zum Beispiel kein Genre irgendwie in dem Sinn begründet, sondern sie haben den New Wave of British Heavy Metal mitbegründet und wurden dann eine führende Band, aber eben Venom sind diejenigen, die man an den Anfang stellt von Black Metal, Death Metal, Thrash Metal, Speed Metal, man läuft da ein bisschen rein und sagt, da tut man ein bisschen eine Prise Motorhead dazu, aber Motorhead war ein ganz anderes Kaliber, die sind von Anfang an natürlich Lemmy und seine Jungs haben Rock'n'Roll gespielt und auch wenn es da ein bisschen thrashig zuging und ein bisschen speedig zuging, was ja unbenommen ist und ein bisschen metallisch zuging, kann man Motorhead jetzt nicht irgendwie als Vater von, also sie sind punkig gehalten, punkig gehalten, man kann sie jetzt nicht als Vater von Black Metal oder sowas bezeichnen. Bei Venom kann man das durchaus, auch wenn natürlich gemessen an dem, was Black Metal dann in der zweiten Welle, in der dritten und in der vierten wurde, gar keinen Ansatzpunkt mehr hat. Da weiß man jetzt, das ist eine New Wave of British Heavy Metal Band und da ist man damit zufrieden, eine Räudigere vielleicht, eine satanische, vom satanischen Image her, aber eindeutig eine New Wave of British Heavy Metal Band. Die ersten Klänge, die ja dann wirklich so auch heute noch als Black Metal gelten, in den 80ern gab es da wenig davon. Sarko Faro ist natürlich eine dieser Bands, die dieses satanische Chaos verbreitet haben, das sehr impressiv war, aber das erste wirkliche Black Metal Ding, wo man sagt, das geht auch heute noch als Black Metal durch, das war neben Bathory und bei Venom ist es eben trotzdem so, heute schneiden sich da die Geister, wenn man jetzt diese ganze Black Metal Entwicklung sieht. Jetzt schaut euch zum Beispiel mal Black Braid an. Black Braid, das zweite Album, das ist gerade ein großer Hype und es gab bei Stormkeep schon einen großen Hype, Ein-Mann-Projekte stellenweise, viele Ein-Mann-Projekte großartig produziert, daheim am Computer stellenweise gemacht, man hört es eben, wirklich hervorragende Produktion, großes technisches Können oder man hat sich dann Gastmusiker reingeholt, die auch ein großes Können haben, insofern man nicht alle Instrumente selber gespielt hat. Der Black Metal ist heute einerseits auf einem produktionstechnisch und virtuosen Level und auch mit einer Philosophie verknüpft, die damals überhaupt nicht denkbar waren und auch den Quarsen oder Quarton oder wurscht, wie ihr ihn nennt, ihr wisst ja von Baturi, gar nicht in den Sinn kamen, in dem Sinn, wie dann der Black Metal Anfang der 90er nochmal genommen wurde und dann die dritte Welle rauskam und so weiter und bis heute diese Entwicklungsphase, die man dem Black Metal hat und jetzt, wenn man sogar noch den Post-Black Metal-Kram und Shoegaze-Black Metal und was es nicht alles gibt, was man heute eben da mit reinpackt, das war damals alles irgendwie unvorstellbar zu der Zeit, wo wir diese Musik gehört haben, da waren wir der Meinung, ein Keyboard stellt man nur auf die Bühne, um es in die Luft zu jagen. Meine Güte. Und man hat kein Keyboard irgendwie damals toleriert. Das war irgendwie dem Metal irgendwie verpönt. Ich habe überhaupt kein Problem mit Keyboard heutzutage, aber damals war das so undenkbar. Metal mit Keyboard, das sind Poser. Poser. Und was diese Band trotzdem leistet, bis heute noch, die wissen es gar nicht mehr, also Kronos und Mantas, ja, du kannst jetzt streiten, ist Venom Inc. oder Kronos sein Venom, die Nachfolger, keine von beiden. Da gibt es gute Sachen und natürlich ist es schön, wenn du die mal live siehst, aber es hat damit nichts zu tun und zwar gar nichts. Sie haben vollkommen ihre Linie verloren und weil sie auch das nicht wollten, die Erwartungshaltung, die man heute an Venom hat, die war zu der Zeit nicht da. Das ist eine andere. Die wussten nicht, was sie da tun. Die sind nicht angetreten und haben gesagt, wir werden die Stammhalter von einem Subgenre, dass es größte Subgenre einer sowieso schon riesengroßen Musikkultur ist. Das war, Kronos würde sagen, oder hätte damals, der damalige Kronos, hätte gesagt, doch, doch, das haben mir die Sterne eingegeben, das wusste ich. Wie Venom schon gesagt hat, wir wollen die erste Band sein, die auf dem Mond spielt. Aber worauf ich noch hinaus will, ist, dass Venom, deswegen die alten Venom, immer noch wichtig sind, weil sehr viele Bands heute wieder diese, nennen wir sie mal Thresh-Speed-Kante, diese Speed-Thresh-Elemente mit reinnehmen. Heute nennt man ja das Blackened-Thresh. Aber wenn man sich's genau überlegt, ist das, was Disaster spielen auch und Aura Noir spielen oder Niffelheim spielen und so weiter und Nocturnal Breed, das ist eigentlich, das ist eigentlich die Schiene, die wollen da wieder hin, wo die Anfänge des Black Metal in den 80ern waren. Und manche gelingt es besser und manche gelingt es schlechter. Aber das sind die wahren Erben von Venom, von dem, was der wahre Black Metal, der Ur-Black Metal in seiner ersten 80er-Jahre-Inkarnation mit Celtic Frost, auch mit den ganzen Bands, auch mit Cut, die ich vor kurzem besprochen habe, mit diesem Charme des Thresh und des Speedigen und des Dilettanten, das man sich heute vielleicht irgendwie antrainieren muss, weil es gibt heute fast keine Dilettanten mehr oder und wenn sie Dilettanten sind, dann nehmen sie nicht gleich ein Album auf. Das war damals anders. In den 80er-Jahren hat man sich erst mal ein Instrument oder hat man erst mal einen Plattenvertrag an Land gezogen und ist dann ins Studio gegangen und hat Gitarre gelernt oder hat während man das erste Album aufgenommen hat, Gitarre gespielt oder Gitarre gelernt. Das ist jetzt natürlich völlig übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist dieser unendliche Charme, dieser Art von Musik, nach der man heute auch suchen muss. Ironhawk war letztes Jahr so ein Ding und auch wenn Negative Plane überhaupt nicht rumpelig sind, sondern hochkomplex ist die Atmosphäre oder das Andockten an den First Wave Black Metal oder vor kurzem Spirit Possession, das neue Album, das ich ja auch schon besprochen habe. Das sind die Dinge, das sind die wirklichen Perlen, die auf Venom zurückführen. Viele andere Black Metal Bands dann doch eher nicht. Das ist so wie bei Black Sabbath, wo man sagt, oh, jedes Riff hat schon Black Sabbath gemacht, schneller oder langsamer. haben sie nicht. Genauso wenig haben Venom so irgendetwas mit der zweiten Welle des Black Metal zu tun, auch wenn sie natürlich in der Entwicklung ganz, ganz vorne stehen. So, jetzt habe ich genug gebabbelt. Welcome to Hell, eins meiner 30 Top-Alben. Diesmal wirklich meiner Top-Alben kam ich nicht vorbei. Morgen machen wir nichts und am Donnerstag, dann habt ihr die Crossroad Crew mit unserer Halbjahreswertung. Bis dahin, keep on rockin', play it loud.